ok weiter geht's wir haben ein bisschen wir haben vorgespielt wie muss ich gerade gesagt hat weil wir wollten nicht so viel zeit verschwenden und okay das geht ja er hat jetzt noch ein bisschen weniger als du hat er sich aufgeteilt nein scheiße hau ab hau ab hau ab verdammte scheiße okay er kommt von irgendwo abhauen er macht nichts oh scheiße hey jetzt kommt es jetzt kommt es kommen und bisher kein safety benutzt wollte ich kurz erwähnen und nein doch also ich meine jetzt also besiegen das wusste ich schon dass er noch nicht tot ist weil das auch hart ist scheiße komm und leute das ist der dritte part und wir sind bald in der dritten welt scheiße oh boah das ist nervös nervösität so ne okay komm das schaffst du das schaffst du noch hoffe ich mal ja ist klar zwei messer auf einmal ey du hast noch ein bisschen hau ab hau ab hau ab scheiße scheiße verdammt der kacke ja 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 oh man ey oh 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 knappe sache bisschen zugemer jetzt bist du einer von uns richtig kannst du uns aushalten für ein gemeinsames Ziel für ein gemeinsames Ziel für ein gemeinsames Ziel Nami hat sie angeschlossen ich habe schon fast angefangen zu weinen weil boah das war buggy hat oder ja hat er schon immer so eine Farbe ins Gesicht gehabt das wusste ich gar nicht kann du hast den buggy war neun später du hast mehr als 25.000 millionen du hast ja ich habe jetzt was neues Marcel gum gum ballon geht ja noch okay komm wir sieg die kurz wir werden auch die welt 3 einfach kurz machen und danach bei einem bestimmten Punkt wenn ihr dann schneiden ach so und so wir machen mal richtig sehr hoho hoho okay was anderes machen so wir haben bisher sechs Minuten aufgenommen ich habe gerade gesehen wir haben 20 angefangen ja wir machen ja so noch 14 minuten so aufnehmen ja da geht es ja noch dann muss ich mich sowieso anziehen da ich mich einkaufen gehen ja du hast jetzt leben oder du hast zwei leben dazu oder zwei zwei das sieht aus wie ein kleiner Apfel ähm 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 monkey 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 ist in der dritten welt 0 village und das hat Heimers Stadt ich mache nur die erste und dann okay mhm so gut muss man bald muss man weiß aber hier ist es also man kann auch hier die alle alles schwarz angezogen kommen alle von einem Werdigung hey oder für die vielleicht müde sie mögen schwarz einfach war auch schwarz ja den einfach durchziehen muss man das die bombe hier benutzen weiß ich nicht okay hier kriegt man eine truhe leute für die das wissen wollen äh ich hab ich hab 18 millionen unter mir äh hab ich als ähm hinter mir als ja ich habe einfach 18 millionen unter mir stehen ja das ist noch ausgedacht richtig hä wie heißt ich das guck mal Lissabora mein face ist so lustig warte ich kann mich wieder erinnern ich hab auch irgendwas böses der hier nein hier weil ich weiß nicht bei jedem jeden spiel habe ich irgendwas böses erinnerungen was ich kenne muss man das machen um hochzukommen ich weiß nicht nicht okay unbesiegbarkeit zieh durch die kann ich sowieso jetzt nicht töten auch für und wie lange hältst du noch noch ein bisschen scheiße alles das Prozent oh jo jester Katzen تم wieder weiß ich nicht immer immer die ausziehen oder in einem märz mit mir auf sie voll hochgenommen den nati was die mama anschwungen das wusste ich nie aber rechts links was so ich lerne dazu von diesen let's play let's play together muss man sagen und und das ist nicht anschwungen was so auch ja so muss man sich machen es sind die so so kann das auch machen was das das müsste eigentlich klappen ich glaube der ballon muss man einsetzen ich habe den trailer gesehen ja der ist heftig du musst du musst die anime gucken er ist witzig aber auf einerseits auch richtig spannend ich habe die trailer gesehen die hat immer auf den thema aufgepasst also hat immer ausgewehrt und die gehört zu vier wächtern die immer die stadt bewachen und irgendwie hat Jintama was gemacht und die frau musste dafür büßen und dann hat sie irgendwie abschiedsbrief irgendwas gesagt ich habe ja eine familie gehabt mit denen ich spaß haben konnte und Jintama hat das dann gelesen dann ist er ausgezügt und dann ist es ein mann gegangen der sie umgebracht hat ich freue mich schon wenn das so kommt es ist ja bald april hier hier relaxo die werden noch alle mühsten aber ich weiß schon warte kommen die als doppelt wieso warte warum kommt warum ist sie eigentlich Wind einfach zurück ach jetzt kommt was machen die denn hier die haben gedacht ach ich habe ich will auch ein bisschen spaß haben ja leider sind die ja ist klar was ist klar ist klar es geht es um so es bringt der dann ja die solle und diese werden die von den Weg mit dem Weg und du nur es ist gut was will ich weiß nicht entweder nach oben es ist ein Weg ich kann nicht mehr zurück doch ich war ja das steht einfach nicht wir können nicht durchlassen so wie das nicht das so also das sind da und wenn man es verpasst und die Leute wenn ihr gehört habt ihr Wort ist ob um dadurch zu kommen ha ha nur so gut Wir haben insgesamt jetzt Zwölf Minuten Hier ist nichts Okay, da wartet bestimmt irgendein anderer Charakter Wenn man den irgendwann hat Trau mich nicht irgendwie ganz gut zu Warte, mach mal Hier kommt Oh, scheiße Spring hoch Oder du machst so Wieso müsste alles so Ballerschießer Ego-Shooter-Kings sein hier So Und weg mit dir Und hoch mit dir Und dann trägt ihn ins Geschafft Ah, verstehe I understand Okay, so Das Essen Könnt sich echt noch gut aus bei diesem Level Bisschen, bisschen Sind wir gleich mit der ersten fertig? Äh, noch ein bisschen Ja, weißt du noch? Ja, ich weiß nicht genau, als ich will hier so Rang mir noch ein bisschen Aber Machen wir mal so Ey Ihr Wir haben die Ballon eingesetzt Einmal unten, doppelt unten So Ja, ist klar, ist klar Du magst ein auf Serienkiller, ist klar Okay, du musst Ah, ich komm Warte mal So Oh Ach, wenn mir das runterfällt oder so Aber okay Das geht Das muss eigentlich gehen Perfekt Und Okay, da geht's hier weiter Ja, fick dich doch Fick dich doch ins Knie Was kommt hier? Du musst irgendwas sagen Hä? Oh Essen Nein, 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 nein Achso Nein, ich bin wieder hier So, ich dachte, ich bin jetzt gerade ins Tod Nein, 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 das wusste ich auf jeden Fall Mach die wieder nochmal Du wusstest, dass sie erschrecken würde, oder? Ja Wichser Hä, warum stirbt doch nur nicht? Jetzt Den 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 Okay, jetzt kommt dieses hier Ich hoffe, das erste ist bald fertig Wir haben 14 Minuten Mal es kurz erwähnen Und so Und so Und so Weg mit dir Okay Was kommt jetzt? So, ich dachte, jetzt kommt irgendwie ein Bossheim oder so Ja, ich war vor ihr, wäre er Kanonen Was ist er heftig? Auch, genau, ich musste sie doch hin, in den Wind hier So Ich wollte es nicht so machen Ah, verdammt Das klappt doch Das klappt Ah, okay, okay Ich mach' anders Von anderen Seite aus Nein, weiß ich so Ach so, so okay habe schon verstanden muss bitten muss richtig intakt bleiben also die geschwindigkeit ja geschafft jungen vorhanden wieder auf den formen für das denn hin den wort man da als die bombe brauchen davon doppelte bombe oder so ich habe nicht ich dachte gerade das kommt jetzt irgendwas sie hoher sie hoher sie auch ein haus ist da hey von diesem Messerwerfer und Kanonenschießer an ein Personenschießer da war klar muss die mit dir das ist vorbei okay haben wir jetzt gesehen wir wollen das Essen da oben glaube ich ja ich trau mich nicht da ich mach mal so ich glaube der hat du wärst nicht gestorben oder so ja wärst nicht hat man hier gerade wieder gesehen ja ok er kommt wieder gegen er ist klar nur wegen das ist er gar nicht genommen den ländern den denden die zwei von fünf so gut ist doch gut und weiter kurz in die zweite Welt einspielen und danach muss sie sowieso cut machen okay den denden 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 das ist das ist ich bin es ist und zwar auch hier lesen nein ich will was anderes nicht in der Uhr das ist wir müssen wir müssen beschäftigen muss die Euro ich muss ihn strecken von kommentieren werde ich ganz steif ja ein musste das war nicht alles gesagt das war nicht zweideutig bist du denn was ist das der typ ist auf einer anderen insel was macht er denn hier aber was macht der typ da von anderen inseln trotzdem an ihm ist noch nicht gleich in jahr auf dem ist auf der heimatinsel darauf packen und hier kommt er ich verstehe man muss immer so sparen das ist immer so stehen und auch schnell und auch wieder hatte Blackbeard die Sitzung mit dir er ist ja wieder der schwarze Katzenleck Katzenleckjahr Prozent war ja stark und ich weiß gar nicht mehr ich wollte ich bin der war statt ich meine meine ich war im Spiel ich bin ich bin aber die andere nicht egal genau jetzt gleich in 20 minuten ja es ist einfach dass sie das machen wir kommen einfach schnell das zu Ende dürfen ich weiß nicht ich soll noch aufnehmen das ich bin ich bin das wenn sie sich in den einkaufen alles und noch so was soll das auch die machen wir jetzt ernst ich hab's gewählt und ich bin voll müde Lass die einfach, überspringen die Die haben sowieso keinen Daseinsbeweis Also die haben keinen Sinn Das ist auch einer von denen, die sagen, du darfst nicht durch Könnt ihr einfach einen Klatscher geben und dann werden die alle weg Nein, er ist immer so sozial Ich muss echt ein Beispiel von denen dreien nehmen Oder von Liss oder von Raffi Ist so gut Ist so gut Ich glaube gleich kommt jemand in das Zimmer Das ist so ein ungutes Gefühl Das ist so ein ungutes Gefühl, dass gleich einer ins Zimmer kommt So Du machst das echt wie ein Proto-Gamer Okay, das haben wir jetzt auch geschafft Ey Verdammt Äh, echt umsonst gemacht Echt umsonst Äh, echt umsonst Äh, so So und so Geht runter, oder? Geht nicht, Frau Stempel Also, komm, boom, Stempel Also, fertig, das wird dich das auch zu einem geheimen Weg Hä? Für dich das auch zu einem geheimen Weg, oder wie? Ja Da brauchst du eine Bombe Da war eine Bombe, die ich gerade gesehen habe Runden rechts Und dann truhe war auch noch da Da war irgendwo Habe ich das mir gerade eingebildet? Ich glaube, da ist irgendwo eine Bombe drin in den Kasten Oder hast du noch nie gemacht? Die ganzen Kasten kaputt Ey, meine Stimme geht langsam weg, oder? Ne? Ja, wir sollten viel mal Stimme geht langsam weg Nein Das hat sich viel aufgenommen Ja, Kondo Trigger 30 Minuten Parts Oh, das ist das heftig Ey, meine Stimme geht langsam weg Verdammt Scheiße, muss die Komm, wir an die Linie schon vor Ich spiele das voll Warte mal Warte mal Wenn man das büttlich ist, nein Striptease Du bist doch kein bisschen warten, oder? Ich bin dann ein bisschen weiter Ey Niemals Rass ist schon 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 man immer lag irgendwie viel viel länger oder da musste was sein ich wusste es dort wie viel leben hast du dann wie lange wollten wir das dann noch gehen oder wieder dann noch gehen das ist so unpraktisch wenn sie die kleinen kann sich dann gleich wieder zurückgehen also erstmal kurz was sagt ihr denn das ist mir ist kajas Haus und ich lieben wie ist es ein kleines Pausier zu machen so dass das kenne ich gar nicht nein nein ich gesagt ich lerne neue sachen ein Lollipop 2 scheiße ich glaube gleich kannst du einen Alcat machen weil mein Bruder gleich kommt warte du brauchst Ballon oder du brauchst Ballon so ich glaube im ganz letzten Punkt musst du Ballon dann benutzen ja wie ich es gedacht habe okay das ist ganz simpel jetzt was du machen musst und so und so und rüber und Nami ist da ich habe Schaufer was äh wie du weißt es sind alle Geschäfte meine was kann die denn für eine Spezialattacke das ist so schlecht ne selbst wenn ich kein gegner fielen bin ich muss ich muss die alle beschützen ich werde alle beschützen das ist der geist ich gebe ich helfe dir und an was hat er sich festgehnagelt das die drohen ist was hat und bis zu ihm ich will meine Sachen das ist so es ist ein der Korte ein zurückgegeben ein Wokker ja ein Wokker die Welt ja ich gehe gleich es war die ganze weil sie heute aber das ist ja nicht er sollten aufschlützen aus schützen verstanden also die aus dem weg wenn ich nicht was ist denn ich gucke ich sehe mal nicht mehr sein ich gucke ich gucke der mann nun war aber richtig ist das stark oder schwach das ist ja nicht stark bin ich also aber guck mal das mache ich nicht und ok wenn man das ganze benutzer ist das schwach wo haben wir das abziehen das sind vermöbelt war sehr schön vermöbelt sowas wollen meine zuschauer sehen hey beobachten wo kommt er als nächstes aber er wollte stehen bleiben und wieso und ach scheiße der ist auf hart ist er so leicht verdammt das ist ich bin aber zu dem Wort das ist heftig bei angebau so Prozent 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 okay okay so sagen die Spiele früher aus man sagt keine Qualität man war nur vier Ecke Shit, ich könnte ballieren. Also hochspringen. Perfekt. Okay, er hat noch ein bisschen mehr als du, nur ein bisschen. Und? Nein. Hä? Ja, ist klar. Ist klar. Er hat da getrifft nicht, ist klar. Bitte, bitte. Oh oh, ich geh doch falsch rum. Verdammt. So eine Kacke, so ein Wichser, so ein Humo. Ja, ist klar. Nein, ich irrte mich nicht. Aua. Verdammte Scheiße, nochmal. Jung. Er ist so ein ekliger Sposti. Ja. Nein, noch nicht. Ich muss gar nicht, dass es so viel hat. Okay, komm, komm. Er hat noch ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Es ist vorbei. Komm, wir hätten den Part. Nein, noch nicht, ganz schnell. Nein. Wie viele Minuten haben wir denn? Wir haben schon, wenn wir das jetzt machen, haben wir 30 Minuten. Willst du? Okay, mach dann. Schnell aber. Ja, okay, ich bleibe ich mal. Ich geh mal ganz schnell so nach. Ja, weil wir gleich ja losgehen müssen. Achso, stimmt. Ja, ja, ja. Geh aus dem Weg. Ja, ja, ja. Ja, ich werde ich nicht. Ich bin für mich rauslassen. Hallo? Ah, jetzt hast du rausgefunden. Und wo ein Ballon? Einfach oben bleiben, wenn er das macht. Ich kann nicht weiter sonst wissen. Okay, komm. Die Bühne. Ich wusste es aber nicht. Wieso macht er so viel Moonbox? Kann er einfach nicht, kann er nicht normal gehen oder was? Seine Mama hat ihn bestimmt beigebracht, von Kind auf Moonbox zu machen. Ja. Schon mal Info als in den kleinen Windeln war versuchen, Moonbox zu machen. Oh, falsch rum, links ist rechts, rechts ist links, hey. Oh, gut, Gott. Die Bühne. Vielleicht schaffen wir das noch. 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 Hab ich es getroffen? Auf jeden. Gut so. Ups, ich bin lieber noch nicht mehr rum. Okay, passt lieber auf. Verwirrung, geh weg. Geh weg, Verwirrung. Okay. Sterb doch. Oh, ja. Wie viel hat das dann abgezogen? Übertreib. Was soll ich denn machen? Noch mal. Das schritt ja immer. Eine behinderte Kacke. Ich glaube, du wirst den Kampf verlieren. Ja. Aber so irgendwie noch zu gewinnen. Wenn das nicht klappt, soll ich diesen Teil dann löschen? Wenn das nicht? Ich lasse den dann auch. Und wenn nicht, Leute, werdet ihr es sehen. Robby, ich liebe dich. Steh auf. Jetzt. Oh, scheiße. So will ich nicht. Bitte, hör auf mir den ganzen Moonboxen. Verwirrt mich nur. Mach ich ernst. Keine Chance mehr. Ich hasse diesen Wixler. Guck mal, das trifft immer. Ja. Das hat er jetzt gemacht. Also einschläfern. Das ist ein. Nein, er wollte einschläfern. Das war rosa strahlen. Okay, man muss, man muss dazwischen, dazwischen, die Nominien zu besiegen. Oder man kann den langartigen, äh, langartigen, äh, Kampf machen. Ja, wo ist das abgeblieben? Das Teil wollte nicht wieder zurückkommen, hat keinen Bock mehr gehabt. Okay, das schaffst du noch. Eine Mini-Chance. Du musst die Stampfattacke benutzen. Ich, ich hab nicht mehr so viel. Und tschüss. Okay. Bäm. Bist du nächstes Mal. Und F3? Ja.